In Nürnberg, der VfB Stuttgart, die Chance von Max-Dee, 77. Spielminute, der VfB 25 Minuten, quasi nicht los. Und Nürnberg, auf Platz 5 in unserer Fischstabelle. Die Stütze haben selber den Generalstiftgang aus, mit vom Blut-Gerat, das wird ja noch nicht gesagt, der hat 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 ja eben die Stütze eingeschnitten und Tobias Wett hat ihn dann unjustverständlich zu verstehen gegeben, weil er immer wieder mit dem Reststopp und Himmel hatte, das wird alles nachgespielt. Also gucken wir mal gleich, die Teamzuschlag, es gibt hier Top-Stanz, vorne übrigens Becker, ich bin mit dem Spiel, Markenführer ist der Freund, der hat ja alles raus, ja, der hat das was er hatte, und schauen wir auch noch einmal, alles raus, mit dem Handeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.